Mein Name ist Daniela Winkels. Wir sind hier auf der Anlage des Schenkeshofs in Nettetal-Hinsberg. Wir sind seit anderthalb Jahren jetzt auf dieser Anlage, sind hier spezialisiert auf die Ausbildung junger Pferde und auf die Ausbildung der Reiter. Wir haben hier eine, denke ich, Top-Anlage mit besten Voraussetzungen, wo sich Pferd und Reiter auch wohl fühlen. Unsere Pferde auf die Sportpferde kommen natürlich im Sommer aufs Pferdok oder auf die Wiese. Auch die müssen mal im Kopf relaxen. Es geht nicht immer nur Training, sondern auch die brauchen ein bisschen Freizeit. Angefangen habe ich schon in meiner Jugend. So lange, wie ich denken kann, reite ich auf und habe dann einfach mein Hobby zum Beruf gemacht. Das war eigentlich für mich immer klar. Welche Tage gibt es? Meistens nicht, wie das Sprichwort so schön sagt, selbstständig ist selbstunständig. Also, wenn alles gut läuft, dann sind es 13 Pferde am Tag. Ich habe Mädchen, die mir immer die Pferde fertig machen. Ich steige dann wirklich nur von dem einen auf den anderen. Und mein Aufmerkmal ist dann wirklich nur Reiter. Ohne gutes Team im Hintergrund ist das hier alles nicht möglich. So, wie geht´s? Gäuscheden So, according來 geht´s. So, an- hungry, oder? So, geht´s. So, geht´s.